Kann ich ja irgendwie noch... Das rote, das weiß ich nicht. So, dann mach ich mal hier so, so, warte mal. Dann müssen wir noch kurz was... Haben wir noch irgendwie... Das müssen wir jetzt einführen. Aber das lässt sich ja alles... Warte mal kurz, warte mal kurz. Das musst du irgendwie hinhauen. Nee, komm dann. Er ist tot, Jim. Was? Er ist Google Chrome. Ich habe genug Arbeitsspeicher. Tön. Heu da nicht rum. Scheiß Google Chrome. Er ist... Achso. Da bist du gerade. Florian, hast du die Möglichkeit, das Instrumental draufzulegen? Ja, aber das können wir nicht mehr auf YouTube machen. Nee, das kann man nicht auf... Warte mal. Aber wir können ja vielleicht irgendwie... Vielleicht gibt es da irgendwie... Wir können doch ein Musik-Bot reinhauen. Live... Ähm... Instrumental... Glaube, den Song habe ich sogar auf BD. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe ihn auf dem PC. Warte mal, wie... Wie... Ich... Ich war nicht gerade. Also natürlich geht das... Ah, jetzt ist der Erzmaß, der ja auch hier. Dann... Freunde, jetzt müssen noch mal alle rein. Wo ist der Schickre? Weiß ich nicht. Die Krippeli waren von den... Wie heißen sie? Äh, 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 äh... Der Trödeltrupp. Der Trödeltrupp. So, nee, offline sind wir ja noch nicht. Ich würde mal sagen, äh, das, das Bild, das geht. Wobei, ich mach mal kurz ein anderes Standbild, so irgendwas schönes, schöneres. Das sieht grauenhaft aus. Aber egal. So, das Instrumental wolltest du. Ansonsten würde ich schon mal sagen, dann... Für YouTube, äh... Beendet der Stream jetzt hier an dieser Stelle. Genau, das letzte können wir wahrscheinlich nicht mehr. Ja, okay. Ich habe hier so eine Karaoke-Version. Ach, du hast auch... Ihr habt auch einen YouTube-Channel oder was? Ja, ja. Dann muss ich mal vorbeischauen. Ach, das ist ja interessant jetzt. Über den Stream dann auf dem YouTube-Channel. Ich weiß nicht. Ich dachte bis jetzt immer, das wäre andersrum. Lass uns vielleicht das in einem Extrastream. Beende kurz das Ding und dann mach das nochmal auf einen neuen. Weil ich habe echt ein bisschen Schiss, dass das dann sonst... Ach so. Ja, ja, stimmt, stimmt, aber... Geklebt wird. Geklebt. Ja, dann müssen wir das nochmal runterladen und bearbeiten. Das wäre auch möglich, aber... Das... Nee, das machen wir nicht. Also, ihr bleibt alle, äh, da. Ja, wir, äh... Machen jetzt nochmal ganz kurz... Ich wollte sagen, bis gleich, ne. Da bleiben. Wir sind gleich wieder da.